In diesem Video geht es um das Thema Kontrapunkt. Ich werde zuerst etwas Allgemeines zum Kontrapunkt sagen und später gehe ich auf die Verwendung des Kontrapunkts in der C-Moll-Fuge aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach ein. Das Wort Kontrapunkt meint immer zuerst einmal eine Gegenstimme zu etwas, was gesetzt ist. Gesetzt ist eine Melodie, in der Fuge ist es das Thema. Der Kontrapunkt ist entstanden zu einer Zeit, als es keine Akkorde, keine Dreiklänge oder ähnliches gab. Man hatte bloß einstimmige Melodien, das waren die Kirchenchorele, die als Cantus firmus, als fester Gesang immer gesetzt waren, die durfte man nicht verändern. Im Laufe der Zeit wollte man diese Gesänge aber trotzdem ein bisschen ausschmücken und schöner machen und eine Möglichkeit war eben eine zweite Stimme hinzuzuerfinden. Das war lange, lange Zeit, war das Trial and Error. Das heißt, man hat einfach versucht, ob der Ton, der dazu gesetzt wird, passt oder nicht und daraus haben sich dann im Laufe der Zeit die Stimmführungsregeln und die Harmonien entwickelt. Wenn ich jetzt also hier eine Melodie habe, ich habe jetzt den glorreichen Choral alle meine Endchen genommen, in ganzen Noten, dann muss man erst einmal eine zweite Stimme dazu erfinden und zwar möglichst so, dass in aller Regel keine Dissonanzen entstehen. Das heißt, man ist erst einmal auf Konsonanzen angewiesen. Das heißt, zu dem C1 würde ich erstmal hier eine Oktave setzen und dann hier geht es ein bisschen abwärts und das ist jetzt nicht besonders schön, was ich mache, aber es ist erst einmal richtig. Das hört sich dann so an. So, grandios. Diese Stimme, die ich jetzt dazu geschrieben habe, das ist ein Kontrapunkt. Und genau daher kommt auch der Name Kontrapunkt, nämlich von Punktus, Kontrapunktum, Note gegen Note. Im besonderen Fall der Fuge gibt es zwei Möglichkeiten, wie sich der Kontrapunkt verhalten kann. Er kann entweder frei sein oder obligat. Frei heißt, dass er zu jedem Themeneinsatz neu gebildet wird. Obligat heißt, dass ein einmal gefundener Kontrapunkt bei jedem weiteren Themeneinsatz genauso noch einmal aufgeführt wird. So, anhand der C-Moll-Fuge aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach zeige ich jetzt einmal genau, was der Kontrapunkt ist. Ich habe erst einmal eingezeichnet das Thema. Das Thema ist hier immer blau markiert und wir haben eine dreistimmige Fuge mit drei Themeneinsätzen, die erst im Alt beginnt, dann im Sopran und dann im Bass, so dass alle drei Stimmen hier einmal durchgelaufen sind. Hier ist also das Ende der Exposition. Nun die Frage, wo ist der Kontrapunkt? So, beim ersten Themeneinsatz kann er nicht auftauchen. Wir hatten ja gesagt, es ist eine Gegenstimme und der erste Themeneinsatz ist ja nun mal einstimmig. Das heißt, der Kontrapunkt muss zu finden sein, wenn das Thema noch einmal erklingt. Und genau das, was jetzt hier zu diesem Thema erklingt, das ist der Kontrapunkt. Ich zeichne das jetzt hier mal so ein und man sieht, dieser Kontrapunkt ist sehr charakteristisch, denn man sieht, wir haben hier eine Tonleiter, ein Sechzehntel, komplett von C zu C fallend. Dann haben wir diesen sehr auffälligen Dezimensprung, dann geht es ein Achteln abwärts, dann gibt es hier so eine Wellenbewegung, hier gibt es den Tritonus, so dass wir hier herauskommen. Genau mit dem Ende des Fugenthemas endet ja auch dieser Kontrapunkt. So, das ist erst einmal das, was man hier einzeichnen soll. Und jetzt ist die Frage, ist dieser Kontrapunkt frei oder ist er obligat? Taucht also nochmal auf. Jetzt müssen wir uns also bei dem nächsten Themeneinsatz anschauen, ob diese Figur mit den Sechzehntel fallend und diesem Dezimensprung, ob es das hier nochmal irgendwo gibt. So, und wenn man sich die Sache genau anschaut, sieht man, aha, hier gibt es oben relativ viele Sechzehntel und auch wenn der Anfangston F hier keine Sechzehntel ist, der ist ein bisschen gestaucht, ein bisschen länger, ist doch die Ähnlichkeit unverkennbar. Vor allen Dingen, wenn man sieht, jetzt geht es hier oben weiter mit diesem Dezimensprung, dann diese fallenden Achtel und das ist exakt das, was am Anfang da war. Wenn man das jetzt so durchgeht, wird man herausfinden, immer wenn das Fugenthema auftritt, gibt es in einer der anderen Stimmen genau diesen gleichen Kontrapunkt. Deswegen ist der Kontrapunkt hier obligat. Wenn man das also einzeichnet, ist es sehr schlau, sämtliche Themeneinsätze mit einer Farbe zu markieren, Thema habe ich immer blau gemacht, und sämtliche Einsätze des Kontrapunktes in einer anderen Farbe und man sieht, die beiden sind immer aufeinander bezogen. Sie fangen immer zur gleichen Zeit an, sie hören immer zur gleichen Zeit auf. Jetzt gibt es ausgerechnet bei dieser C-Moll-Fuge eine Besonderheit, die meines Wissens sonst nicht wahnsinnig häufig auftritt. Und zwar ist das folgendes. Wir haben leider hier nicht nur eine Stimme als Kontrapunkt, die beibehalten wird, sondern wir sehen, hier gibt es die mittlere Stimme. Die fängt nicht zur gleichen Zeit an wie das Thema. Das Thema fängt ja hier an und ziemlich genau zeitgleich beginnt auch der Kontrapunkt. Der ist ja ein bisschen vorgezogen. Die mittlere Stimme hier, also die Altstimme, die hat hier eigentlich erstmal Pause und die setzt hier unvermittelt ein. Das Merkwürdige ist jetzt, wenn man sich diese Struktur anschaut, wir haben drei Achtel fallend, Pause, drei Achtel fallend, eine Achtel mit zwei Sechzehntel, Terz, also insgesamt so eine Abwärtsbewegung, aber wichtiger ist, glaube ich, die rhythmische Bewegung, drei Achtel, Pause, drei Achtel und hier diese Sechzehntel. Wenn man sich jetzt die anderen Parallelstellen anschaut, dann wird man feststellen, dass das auch auftritt. Das heißt, wir haben hier drei Achtel fallend, dann die Pause. Jetzt gehen diese drei Achtel hier aufwärts, aber es sind immerhin drei Achtel. Es gibt diese Sechzehntel-Bewegung und wir werden an den anderen Beispielen sehen, zum Beispiel hier gibt es die drei Achtel, das wird auch beibehalten. Ich werde das gleich auf der nächsten Seite weiterzeichnen. Der Gag an der C-Moll-Fuge ist, es gibt zwei obligate Kontrapunkte. Das ist aber ein wirklicher Sonderfall. Ich zeichne die hier mal gerade ein. Wir sehen immer, dass das Charakteristische erhalten bleibt. Das Charakteristische ist diese Achtel-Struktur mit der Pause und hier die Achtel mit der übergebundenen Sechzehntel. Und am Ende sehen wir, klappt das nicht mehr so ganz richtig. Hier lässt er sich so, ja, da kann man das mit ein bisschen guten Willen, sieht man hier noch die drei Achtel. Jetzt hat er einen durch. Ich könnte mal sagen, gehen drei Achtel wieder weiter. Die Sechzehntel fehlen hier. Da kann man sich darüber streiten, ob der Kontrapunkt beibehalten ist oder nicht. Ich würde schon sagen, ja, er ist noch in Konturen erkennbar. Und am Schluss, wenn das Thema hier ganz am Ende auftaucht, ja, da geht es schlechterdings nicht. Da kann man nicht noch einen Kontrapunkt dazusetzen, sonst würde das Ding ja nie zu Ende kommen. Hier gibt es also weder Kontrapunkt 1 noch Kontrapunkt 2. Das tut der Sache aber keinen Abbruch, dass in der Fuge insgesamt die beiden Kontrapunkte obligat behandelt werden. In der Zusammenschau sieht es dann so aus. Ich will noch auf eine Sache hinaus. Manchmal werde ich gefragt, ist das Fugenthema hier zu Ende oder ist es mit diesem C zu Ende? Jetzt ist es in diesem Fall natürlich klar, weil wir gesehen haben, das ist dieser obligate Kontrapunkt, der geht immer durch, aber am Anfang weiß man das ja nicht. Theoretisch könnte das C ja noch zum Fugenthema gehören. Und da gibt es den Trick, man schaut sich einfach den zweiten Einsatz an und schaut, wie der am Ende verläuft. Und der, wir haben hier diese zwei Sechzehntel, die hier zum Stoppen kommen, zwei Sechzehntel, die hier zum Stehen kommen und wir haben nicht diese Sechste, die hier aufwärts geht. Und auch wann immer das Thema noch mal auftritt, am Schluss gibt es nie diese Aufwärtsbewegung. Das heißt, wenn man sich am Anfang unsicher ist, gehört dieser Ton oder dieser Ton vielleicht noch dazu, schaut man sich einfach den nächsten Themeneinsatz an. Vielen Dank. Vielen Dank.